hallo liebe leute herzlich willkommen zu dead by daylight zur zweiten folge jetzt bei uns und mit dabei sind immer noch der atta boom hallo liebe leute der sascha von because gaming is fun wassup amy schräg strich juna schräg strich aimbird und special gast sefi die uns vermöbeln wird hallo aber ich bin diesmal überlebende genau diesmal darf ich nämlich monster spielen atta drücken sie bereit es geht los ich wollte warten bis die runde frei ist der ladebildschirm dauert noch ein bisschen erzähl mal was ich kriege gerade komische lotusblüte das war immer so schnell weg es war heftig ich konnte nicht lesen was da steht bei dir stand da was ja ja wenn du kurz kurz klinkt das auch bei mir war ein emblem ja ja wenn du mit der baus rüber gehst dann okay du bist mit frische glaube ich also wissen wollt dann müsst ihr jetzt ein stückchen zurückspulen und dann genau in dem moment pause bei mir nicht bei mir müsst ihr beim atta vorbeigucken tut mir leid ja könnt ihr immer gerne machen habe ich es ist immer alles im dunkeln ich weiß nicht vorher habe ich mich irgendwie sicherer gefühlt als sefi gespielt hat jetzt spielt es hatte und das ist unzurechnungsfähig das ist der geist ist der geist ja ich muss erst mal gucken wie die glocke funktioniert dann erkennst du das ich will doch nur kuscheln gehe weg gehe einfach weg ich will nicht mit dir kuscheln ich habe ich wollte eigentlich noch nach der folge ein bisschen weiter stehen egal habe ich nicht gemacht ich habe es angeboten ihr hat ja 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 in der nähe Weglaufen! Lass doch Ruhe immer auf mich, weißt du? Ich hab Blut geleckt, Atta, bleib hier! Leck an deinem eigenen Blut rum, lass meinst du besingen, ich brauch das noch. Ich bin schneller, ich komme. Ach, leck mich doch an Popo. Da hinten nicht. Ja, da bleibt er auch erstmal ein bisschen liegen. Jetzt habe ich ein Problem. Oh Scheiße. Ah ne, das ist eine dobe Idee, Atta, du kannst übrigens kriechen. Das ist der Grund, warum ich noch nicht so häufig Killer gespielt habe, ich wollte das checken erst mal. Lass mich das kurz wahr. Lass mich, Summer. Oh Gott, du bist so weit weg, du bist so weit weg. Ähm, Amy? Ja? Nicht immer rennen, das sieht der Geist. Okay. Das sieht der Killer. Wenn du normal gehst, sieht er das weniger, wenn du wendet, sieht er das. Und? Häng mal mit. Kann ich ja sagen. Ich hau dann ab, ne? Tschüss, Atta. Ja, tschau. Mal mit mit dir. Versuch, kein Fluchtversuch. Mach keinen Fluchtversuch. Mach keinen Fluchtversuch. Warum wird's denn heißen? Weil du dadurch schneller stirbst. Ich seh den, glaub ich. Oder? Oh, da ist er Sascha. Sehr schön. Lauf, Atta. Ja, danke. Komm mal hinter mir her, komm hinter mir her. Bist du die 14? Ach. Alter, du bist schon langsam, bleib mal stehen. Nee, nee, nee. Du warst gar nicht gut. Alter, was machst du denn? Ja, wenn er mich aufspießt. Aufspieh? Weißt du, guck mal, ey. Das ist doch die einzige Möglichkeit. Hey, was machst du denn? Einzige Möglichkeit. Weißt du, dass er mich mal anabreden kann? Jetzt nimmt die Hälfte zu viel. Nee, oder? Ähm, wenn er wiggelt, ich... Wiggeln? Wenn er los ist, rum hängt schon? Wenn er hängt, dann ja. Ach, guck mal, wer ist denn da? Hallo. Hi. Oh, shit. Ja. Los! Ich soll nicht kämpfen, aber ich komm direkt an. Danke, ich laufe. Ey. Alter, Mensch. Das kann ich dir auch nicht mehr. Ich bin wondering, was soll ich denn machen? Wo ist er denn jetzt hin? Alter, bleib stehen, ich seh dich nicht. Da ist er ja. Lass mich! Ich glaub, jetzt ist er aber tot, oder? Jetzt glaub ich auch. Jetzt kann ich auch noch nicht mehr helfen. Ja. Dann kann man einmal gerettet werden. Ja, tut mir leid. Halt mich noch ein bisschen. Ach, Mensch. Das Spiel hast du nicht. Weißt du, das ist jetzt die ganzen... Die ganzen Pazifien mal außen vor gesehen, aber jetzt kommt die ganzen Rache, die ist so bei der Aesthetik an dadurch, der hat's nur auf mich. Genau deswegen... Weil man das nicht irgendwie... berechnen kann. Ich meine, ein Zielvieh kenne ich jetzt nicht so gut. Setz dich jetzt einfach mal nett ein. Im Gegensatz zu Aesthetik. Sascha, musst du da die ganze Zeit an dem Ding rumhängen? Hä? Was? Seh dich. Also wenn ich renne, dann sieht das auf jeden Fall... Der... Ist eben gerade der Eichskalt an mir vorbeigelaufen. Killer. Ja? Ich bin unsichtbar, Sascha. Ja, aber ich glaub nicht, dass du direkt bei mir bist. Warte. Siehste, bin ich nicht. Hallo, Amy? Wo rennst du denn schon wieder hin? Schönes. Für mich zur Erklärung. Wenn ich laufe, das sieht der Killer, ja? Ja. Wenn du rennst. Wenn ein Sprint ist mit Shift, dann hört er das. Oder sagt er... Lass, 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 lass. Lass mich in Ruhe. Ich war nicht so. Ja, die Glocken, sie klingen. Wow. Wie sie zu der Weihnachtszeit. Das ist eine Karaoke. Falsche Richtung, Amy. Scheiße. Ach, nö, Leute. Oh, wie süß. Da ließe. Adi, adi. Adi, 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 adi. Bring da sie denn mal hin. Ach, guck mal, hier ist ja direkt einer. Das ist immer... Und... Amy lag bei dir eben auf dem Boden und du hast nichts hochgeworfen. Du kannst übrigens die Leute auch umbringen, ne? Nein. Ja. Nein? Leute umbringen kann er nur mit nem richtigen Turk. Richtig. Achso. Was? Rette dich! Rette dich! Wow! Ich hab dich gesehen! Geh weg! Geh weg! Amy darf nicht sterben! Hallo! Sie ist doch so jung! Was ist das überhaupt für ein Verein? Was ist da so ein Basketball-Shirt an? Keine Ahnung. Pommes? Thomas? Pommes? Genau. Nenn mich Pommes. Was hätte ich jetzt auch Bock drauf? Denver oder so? Ähm. Warte? Ja, warte. Es ist... Korvitz oder so. Irgendein russisches. Warte! Mach auf jeden! Ich muss gerade sagen, versuch so viele Generatoren. Was macht ihr da für ein Quatsch? Mach Generatoren! Das ist doch Asozial. Ich stand natürlich nicht direkt bei Emil. Das ist abwesend. Ach, Emil ist schon tot. Ist ja ärgerlich jetzt, ne? Wo ist denn Sascha? Na weg. Geh Opfer. Fehl. Wow. Scheiße! Ach, was sag ich schon. Sascha kann dir jetzt gar nicht mehr helfen. Andi, du hängst ja gar nicht mehr am Haar. Oder? Doch, wohl. Ich hänge noch, ja. Ist ja jetzt natürlich ärgerlich, wenn ich Sascha verfolge. Mach Generatoren! Ja, er ist direkt hinter mir! Sascha, bleib doch mal stehen hier! Okay. Schade. Sascha, bleib doch mal stehen! Sascha, hier bin ich! Oh man, Opel, das ist das Wächste! Nee, da willst du doch gar nicht sagen, Sascha. Nein! Aber macht euch nichts drauf. Unsere ersten Runden sahen genauso aus. Treffen musst du auch. Treffen musst du auch. Treffen musst du auch. Ich glaube, ich kann dich nicht treffen. Kann ich mich auch nicht? Nein, 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 nein! Oh nein, jetzt hör doch auf mit dem Bullshit! Los, spammen, spammen! Wo steht denn hier dein Name drauf, auf welchem Haar? Der da vorne? Der hat mit dem Kreuz. Nee, der da vorne sieht doof aus. Nee, kommen wir neben dem anderen, Sascha. Der da hinten vielleicht? Ja, dann hast du mal noch ein bisschen Zeit. Mach ich, mach ich. Versuchst du frei zu wickeln? Nee, nee. Hier? Nee, guck mal. Ja, er ist geschafft. Ja, er ist geschafft. Ja, er ist geschafft. Lauf einfach weg. Lauf, Sascha. Ja, lauf einfach weg. Sascha, das ist die falsche Richtung. Oh, fuck. Hier bin ich doch schon. Ja, das ist ja. Ja, ich bin aber aus der See drüber gelaufen. Ja, das ist das. Ja, das ist ja so. Das ist ja so. Ich bin immer voll auf den Kopf, auch nicht schlecht. Ja, das ist ja so. Ah! Aber komm, die Folge war lang genug. Ich hab euch lang genug gespielt und mit euch gespielt. Boah, ich hab nicht mal meine Chance. Ich sehe hast du auch nicht, weil du der letzte bist. Ja, war das schön. Hat lecker geschmeckt. Hat das letzte. War doch nicht besser. Hat er gesagt. Da fliegt er nach oben. Eigentlich hab ich auch fast 4000 Punkte gehabt. Das ist nur noch 1,12, weil er es fertig ist, was mich abgesehen hat. Dankeschön. Macht Spaß als Kinder. Kriegt man ja auch 5 Punkte. Äh, das kriegt nur 3. Ja, von mir auch. Jetzt kann man schon wissen, frische Lorbeer-Rosen hat sie gehabt. Gewähr 50% Bonus-Plus-Punkte in der Ziel-Kategorie. Person-gebunden Effekt summiert sich. Ja, das mit den Bonus-Plus-Punkten war total bescheuert. Muss ich zurück zur Lobby drücken? Ja. Ich hab nur die Gruppe verlassen. Das ist nicht so gut. Aber wir müssen jetzt wahrscheinlich eh neu einladen. Ja, liebe Leute. Das war doch eine sehr erfolgreiche und lustige Folge, wie ich aus meiner Sicht fand. Immerhin. Schaut beim nächsten Mal mal wieder rein. Wir gucken, wer als nächstes bei uns Killer ist. Und bis dahin würde ich sagen, sagt mal auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüssi. Tschüssi. qué